Also ich möchte euch gleich ein Buch vorstellen, etwas für euch. Wenn ihr mal etwas Gescheites, etwas Intelligentes lesen wollt, dann lasst ihr am besten mal Goethe lesen. Goethe, Faust, Johann Wolfgang von Goethe. Und wenn ihr diese Seiten auch gelesen habt, es hat 752 Seiten, dann habt ihr dann einen Wortschatz von 10'000 Worten Minimum. Also das hier empfehle ich euch. Jetzt müssen wir es noch richtig hin. Und wenn ihr Lieb fragt, schenke ich euch das Buch sogar von Goethe. Das ist Faust. Und es ist die oberste Weltliteratur, die es gibt. Also wenn ihr euren Intellektuellenbereich ein wenig trainieren möchtet, dann bestellt euch doch einfach bei mir. Wenn ihr es nicht bestellt, dann bekommt ihr ein Buch gratis geschenkt. Der Erste bekommt es einfach. Merci und einen schönen Abend. Schönen Gruß von Philipp Glanzmann. Schönen Gruß von Philipp Glanzmann.